Hey Juli, was für eine Zufall! Was machst du hier in Zürich? Bro, ich mach ein paar Pranks und so ein Sack. Bro, filmst du uns? Nein, filmst du nicht. Hey, was filmst du? So filmst du uns? Hey, filmst du nicht mal! Oh, fuck! Ich brauche die Karte. Dankeschön! Oh, sorry! Entschuldigung, darf ich Ihnen schnell zeigen, wenn mir eine Sonnenbrille anzieht? Mach mal bitte! Willst du sehen, wie ich Sonnenbrille anziehe? Ja. Ja? Ja, schau dich! Okay. Bam! So, jetzt. Jetzt, Hann, hörst du? Jetzt schaffen wir. Schau, ich zeig dir. Du musst ganz... So? Ja, genau so. Ja, so gut. Darf ich euch schnell demonstrieren, wie man eine Sonnenbrille anzieht? Ja, ist gut. Alles gut. Ja! Ich will nicht. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, fuck! It's the fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Ich spreche kein Deutsch. Können Sie mir bitte sagen? Oh, fuck! Oh! Können Sie mir bitte sagen? Nein. Können Sie mir nicht sagen? Ich spreche kein Deutsch. Können Sie mir sagen? Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen? Dankeschön, Dankeschön. Oh, oh! Das ist schon richtig rutsig hier. Das sollte gehen, das sollte gehen. Vielen Dank, das sollte gehen. Oh, yeah. Das ist nur ein ganz kurzer Witz. Ich war noch gestern in der Badewanne. Und dann kam meine Mutter einfach rein. Sie kamen zu duschen. Ja, dann nicht. Darf ich Ihnen schnell demonstrieren, wie man ein Sonnenbriller richtig anzieht? Nein! Oh, fuck! Oh, damn! Da Maya geht's, man! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Das ist zu tief. Oh, ja! Das ist zu tief. Und da ist alles weg. Oh, ja! Oh, ja! Oh! Könnt ihr euch ein Bild machen von uns zusammen? Ein was? Ein Bild. Mit meinem Handy. Also ein Foto. Ja. So ist gut. Ja. Und dann machen wir es sonst noch. Ja. Sonst noch so. Ja. Hast du das gemacht? Ja. Dino, oder? Dino? Ah, scheisse. Ja, so. So. Ja. Hät ihr es? Ja. Nein, wir machen es für Instagram. Ja, ja. Ich will fame werden, unbedingt. Ja, danke. Schöne. Ey, wie hast du den Axo gefunden? Bro, es war chillig. Gell? Ja, ja. Schau mal, was ist da? Ah, der filmt uns immer noch. Ey. Bro. Hör jetzt auf, filmen, Mann. Ich hab gesagt aufhören. Los, verpiss dich mal, ey. Ja. Ist es okay, wenn wir das verwenden? Nein. Nicht? Nein. Okay. Ja, ich weiß nicht.